Schon hart. Was? Na, dass du so ein Dorfmädel bist. Das hätte ich Mühe gegeben. Womit habe ich das verdient? Ah, die Soße! Lass es mal, ich mach das. Oh, nein, nein, da ist Sahne drin. Die ist für dich. Nur auf die Kartoffeln, bitte. Meinst du das ernst? Meinst du das ernst? Ja, klar meine ich das ernst. Ich habe dein Skript gelesen und dir dafür eine Rechnung gestellt. Moment, Moment. 900. Ich glaube, ich habe dir drei Stunden berechnet, habe aber vier Stunden dran gesessen. Um ganz ehrlich zu sein, es ist gut, dass ich es gelesen habe. Es muss überarbeitet werden. Absolut null Interesse. Es tut mir auch leid, dir sagen zu müssen, dass ich mir Notizen gemacht habe. Hi there. Hi. Can I ask you a question? Sure. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal Schweren, erstmal. Lasst die Dre ad формatgen? Los mal auf宜